Mit Erlebnis-Gastronomie der besonderen Art punktet das Café Biss in Gersthofen. Der Betrieb überzeugt durch sein frisches Bier, das als helles, dunkles Keller- oder Weizenbier mitten im Lokal gebraut wird. Weitere bierige Highlights sind saisonal gebraute Bock- und Stoutbiere. Für hungrige Gäste gibt es Brotzeiten mit frischem Treberbrot, eine große Pizzaauswahl, kleine Snacks und einen monatlichen Weißwurstfrühshoppen. Sportlichen Besuchern steht eine große Vielfalt an Freizeitangeboten wie etwa zwei Bowlingbahnen, Billard-, Snooker- und Sockertische sowie Dartautomaten zur Verfügung. Auf einer Großbildleinwand werden zudem die Sky Sport Highlights übertragen. Bekannt ist das Biss auch für Livemusik, Karaoke- und Rockcafé-Partys. Wer am Café Biss einkehrt, den empfängt ein freundliches, gut gelauntes Team in gemütlicher und farbenprächtiger Atmosphäre. An sonnigen Tagen gerne auch im lauschigen Biergarten. Mehr auf www.biss.de